Ich bin Celina Eloise-Hartwig und ich bin Schülerin der AHF Gesamtschule Detmold. Also man merkt daran, dass wir jeden Morgen bevor der Unterricht startet, dass wir zusammen eine Andacht haben, dass man mit der Klasse Gebetsanliegen teilen kann und dass wir dann als ganze Klasse dafür beten können. Ja, also es ist halt so, dass ein gewisser Respekt gegenüber Schülern zu Lehrern aber auch von Lehrern zu Schülern ist im Unterricht. Ja, also viele Regeln sind auf unserer Schule ein bisschen zu streng, dass manche damit nicht zurecht kommen, wie zum Beispiel beim Dresscode, dass Mädchen im Sommer keine Shorts tragen dürfen. Also ich stehe meist mit meinen Freunden einfach vorm Kurs und wir reden zusammen.